So, erster Tag der Woche wieder erfolgreich beendet. Jetzt bin ich wieder auf dem Heimweg nach Calgary. Und ich bin etwas angemieft gerade, weil alles sich ein bisschen in die Länge zieht. Im Endeffekt, die Flugschule kann nichts dafür. Der Einzige, der was dafür kann, bin eigentlich ich selber. Hätte ich vorher Medical und alles schon gemacht in Deutschland oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob es in Deutschland überhaupt ein kanadisches Medical gibt. Dann hätte ich mir den ganzen Stress, den ich jetzt habe, alles mir ersparen können. Aber gut. So ist es jetzt halt. Ich muss halt erst die behördlichen Sachen alle erledigen, bevor ich fliegen kann. Ja, den Bart habe ich mir abgrassiert, weil er doch ziemlich lang wurde. Aber es sieht ziemlich scheiße aus, muss ich sagen. Ich glaube, ich lasse wieder den Bart wachsen.